So, jetzt gibt es eine Premiere. Heute hole ich den Christbaum, aber diesmal wird er frisch geschnitten. Ich bin noch einmal ausgesucht, ja. Dann ist die, ja? Das war's. Stößgamer. Sehr gut. Super, danke sehr. Und unten spielst du mir ein bisschen zu, gell? Was solltest du das nehmen? So, den hat mir irgendwie von dem Bischofsstab, oder, Nikolaus? So, ich habe es geschafft. Der Christbaum ist gekauft. Die Frage ist, ob die Esther wohl zufrieden sein wird. Aber, es wird schon passen. Ich stehe da oben mit den Stecken, gell? Danke. Du musst ein bisschen, ein paar Hasel muss weg tun, vielleicht, gell? Ja, so. So, ich weiß nicht, die Dudukmesser, die... Ja. ...schneiden wir die... So, jetzt wird er noch zugespitzt. Schwupp ist alles eingepackt. Heuer fällt der deutlich kleiner aus, weil unsere Verwandten kommen, die Schwester von Esther und ihre Eltern und dadurch wollen wir ein bisschen Platz sparen. Wir sind ja schon in der Mitte heute. Da hat sich wieder zugespitzt. Die Stoffleine machen sieben. Ja, sieben. Sieben wäre perfekt. Das passt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017